mit Christina Schäufgen und Kunglfrau Sörtla Tungl steht selbstverständlich zur Verfügung. Also, jetzt wünschen Sie der Gäsefrau Sintene, los geht's und wir wünschen viel Spaß. So, jetzt geben die beiden hier richtig Gas. Also, Rennpass komplett. Jens Wüchtenstedt, Gäsefrau Sintene, vielen Dank. Und da kommt gleich der Rennpass. Also, Gang Nummer 5 auf der dritten Seite. Lässt ja auch richtig einen Krachen, prima. Okay, Informationen zu den Hengsten. Ob im Hengstschau- oder Sportprogramm. Seht's ja auch im Programmheft. Die Gangnote in Berna. Viel Spaß. Ah, dann von alten Preußers. There is no need to cry. Endnote 8, 34. Sintene hinterher. Also, da is' er, Stimme auf der Sonne, Rani Homschlossberg, ein Sohn von Liederflöck-Chatholten und mit Rani war er bei der Wettmeisterschaft 2009 für Deutschland dabei. Als Mutter ist die Fröck, Frau Skambenstödem und da gibt's ja ein ganz berauschendes Trio. Und es geht ja Rani vom Schlossberg, der hat den ein Jahr jüngeren Club vom Schlossberg und jetzt den in diesem Jahr sechs Jahre alten Hüllen vom Schlossberg. Und den werden wir dann in Kürze noch mal in der Zugprüfung erleben. Jetzt aber erst mal mit Daniel. Und hier ist die Nummer mit Fahrzeit von der Hengenau. Aus Doktorbesitz von Reginald-Peter Hiddesheim. Sohn von D-Pit. Sohn von D-Pit. Und jetzt kommt wieder der Rennpass. Fahrzeit von der Hengenau. Und da sind die beiden durch. Dankeschön. Jovi Schenk, Fahrzeit von der Hengenau, hier im A-Floch. Dankeschön. Und das ist Biatli von Bärla. Und das ist Biatli von Bärla. Biatli von Bärla im Rennpass. Biatli von Biatli von Bärla. Herzlichen Glückwunsch, Jens. Das war 8,42. 8,42 die Punktzahl für Jolli mit Adam. Das ist der zweite Platz hier im A-Floch. 48. Die Siegerin Jolli Schenk, Fahrzeit von der Hengenau. Herzlichen Glückwunsch. Da kommt Jens Früchten-Schnieder. Gäse, Frau Sitturne.